Also klar gibt es Fehler, die man wirklich vermeiden sollte. Alter, du hast gerade das komplette U-Boot versenkt. Herzlich willkommen bei einem neuen Video mit unserem U-Boot. Es ist endlich wieder so weit, wir sehen sind ein bisschen wärmer, deswegen kriegen wir jetzt wieder Taucher. Dem Philipp geht es leider nicht so gut im Moment, deswegen bin ich jetzt auch öfter bei den Videos nicht mehr dabei. Also wundert euch nicht, auch wenn wir jetzt ein bisschen länger brauchen für die Videos, weil ich mir da einfach mehr Zeit noch für den Philipp nehmen will. Wir haben jetzt übrigens auch einen krassen Ingenieur am Status von dem Daniel. Ihr kennt ihn bestimmt schon aus unserem Seifenkisten rennen. Bei dem letzten U-Boot-Test war das Problem, dass wir nicht auf einer Wassertiefe schweben konnten, sondern dass das U-Boot entweder gesunken ist oder schnell aufgetaucht ist. Dieses Problem lösen wir jetzt und wie das funktioniert, zeigen wir euch in einer Grafik, damit ihr kapiert, wie es funktioniert. Um abzutauchen, lassen wir die Luft aus dem Tank. Wenn das U-Boot unter Wasser ist, machen wir die Ventile wieder zu. Eigentlich sollte das U-Boot jetzt schweben, allerdings wird die restliche Luft im Tank vom Wasserdruck zusammengedrückt, sodass das U-Boot unbeabsichtigt sinkt. Um zu schweben, müsste man jetzt Luft nachfüllen. Allerdings dehnt sie sich direkt wieder aus, wenn es aufsteigt, sodass es sehr schwierig ist, es auszutarieren. Um das Problem zu lösen, bauen wir jetzt zusätzliche Tanks in den Innenraum von dem U-Boot ein. Da dort der Druck immer gleich bleibt, wird es einfacher, das U-Boot auszutarieren und im Wasser zu schweben. Das ist eine gute Zange. Die hat sich hervorragend dafür geeignet, oder? Wunderbar, das ist ein Multifunktionstool. Das ist ein Multifunktionstool. Ey, Daniel, ich habe eine neue Taktik für dich. Du musst einfach einmal tief Luft holen, runtertauchen ins U-Boot, lackieren und dann wieder auftauchen. Okay, mach jetzt. Hast du das überlegt? Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Scheiße. Das ist schon eklig, oder? Ja. Ist es eng geworden jetzt durch die vier Feuerdäscher? Ein bisschen, also zu fünft kann man hier nicht mehr drin tauchen. Weißt du, was das Problem ist? Nein. Dass du einfach zu breit bist. Nee. Ich habe gerade mal hier den ersten Test mit dem Feuerdäscher. Das geht schon, oder? Ja, es passt. Also wir zwei Dicken, wir passen. Daniel hat gerade noch etwas ziemlich Geiles festgestellt. Ich habe hier ein Musikinstrument eingebaut. Hört sich echt wunderschön an. Wunderschön. Wie heißt denn das Musikinstrument? Schweißdrahtange. Die Feuerdäscher sehen schon voll krass aus. Als würden die irgendeine krasse Funktion haben. Dabei ist es nur ein Überlauf. Daniel, wie ist denn so dein neuer Job als U-Boot-Schrauber? Einfach traumhaft. Einen besseren Job hätte ich mir nicht vorstellen können. Beust du dich schon auf den ersten Test? Auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier die Pumpe eingebaut. Die pumpt das Wasser aus den Feuerlöschern wieder nach draußen. Diese Pumpe kann 6 Liter pro Minute Wasser pumpen. Wir wollen unbedingt wissen, wie schwer das U-Boot ist. Deswegen bieten wir es jetzt einmal. Jan ist jetzt der Erste, der seine Schätzung abgibt. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Ich würde sagen, das erste Mal hat es 2,1 Tonnen geworden. Dann schätze ich jetzt mal so, dass es mittlerweile vielleicht 2,3 Tonnen liegt. Aber wenn du verlierst, musst du mit Klamotten in den Pool springen. Das weißt du. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, okay. Aber das ist umso spannender, wenn du verlierst. Das stimmt. Okay, komm, fragen wir Daniel. Wie schwer ist es? Ich sage es wie 2,6 Tonnen. Das ist eigentlich jetzt voll spannend, weil ich habe es auf 3 Tonnen geschätzt. Also wir haben... Scheiße, Mann. Ich bin am schwersten. Ich habe keinen Bock, mit meinen Sachen in den Pool zu springen. Dann fahren wir jetzt erstmal runter und gucken mal, wie schwer es ist. Okay, wir haben jetzt das Ergebnis. Ohne mich drin sind es 2,4 Tonnen, genau. Das heißt, habe ich gewonnen, oder? Ich habe 3.000 gesagt. Das war deine Idee jetzt, dass wir in den Pool springen. Ich meine, eigentlich ist es ja auch nur fair, weil es war halt echt meine Idee, dass der Verlierer in den Pool springt. Was das Nüchtern trifft, ist irgendwie... So ist es im Leben. Das ist irgendwie echt auch ein dummes Schicksal, ey. Boah, lass düsen. Das geht mit. Boah, jetzt hängt es auch noch fast regnen. Oh, richtiger Hagelsturm. Nochmal ganz, ganz vielen Dank an die Firma Unsinn. Ich finde, der Name passt perfekt zu uns. Wir haben uns den Anhänger nie gesponsert. Der Anhänger hält auf jeden Fall 2.400 Kilogramm aus. Das haben wir heute erfolgreich getestet. Das haben wir jetzt getestet. Und der hat sich hier zugelassen. Das darf ich sagen, jetzt immer nix. So, wir haben nochmal gerade geguckt. Der ist sogar für 2,6 Tonnen zugelassen. Also echt ein mega geiles Teil. Noch einen kurzen Werbeblock für unseren krassen, mit Akkuschrauber kippbaren Anhänger von der Firma Unsinn. So, der Julius wird jetzt in den Pool geschmissen. Es ist voll traurig, dass es heute so warm ist. Deswegen ist es überhaupt keine Strafe. Wäre nicht ziemlich langweilig. Was sagst du dazu? Ich glaube, heute ist so ein schöner Tag, dass du gleich freiwillig hinterher springen wirst. Das war aber nicht Sinn der Sache. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder tauchen habe. Ja, echt so. Es ist echt mega nice mal wieder mit dem U-Boot. Ich habe es schon sehr vermisst den ganzen Winter. So, wir fahren jetzt rein. Ich bin gleich unter Wasser. Jetzt ist Wasser schon ein bisschen vor der Scheibe. Also wird gleich interessant. Wir waren erst mal unten drinnen und haben damit gerechnet, dass das U-Boot jetzt einfach weiter schwimmt. Und dann habe ich irgendwann oben rausgeguckt und habe so gesehen, dass die Wasseroberfläche schon ganz knapp oben an der Nuke war. Und dann hat es nicht mehr lange gedauert und dann ist ein ziemlich kleines Unglück passiert. Tja, und dann irgendwann war es zu spät. Und dann, als das Wasser oben rein ist, dann konnten wir auch echt gar nichts mehr machen. Also ich glaube, dann war es einfach nur vernünftig, schnell auszusteigen und das Ding absaufen zu lassen. Oh, du Scheibe! Junge, was habt ihr da gemacht? Alter, du hast gerade das komplette U-Boot versenkt. Nicht dieses. Junge! Ist das passiert, was wir denken? Ja, das U-Boot ist untergegangen. Das war es, oder? Ja. Nicht einfach, wenn du gefahren bist und weg ist es. Wir wollten gerade den Test machen mit dem U-Boot und währenddessen waren die Tanks halt offen. Und ich habe nicht gerafft, dass ich die halt, ich hätte die erst noch zumachen müssen. Das Wasser oben reingelaufen und weg war es. Aber was ist jetzt der Plan, wie wir das wieder rauskriegen? Ich würde sagen, das muss man mal Gott fragen, oder? Komme ich einmal nicht mit und direkt versenkt das U-Boot. Du hast es echt verpasst. Eigentlich wollte Philipp auch nochmal U-Boot fahren und jetzt zack versenkt. Nächstes Mal muss ich wieder mitkommen. Man denkt so, das kann nicht passieren, oder? Echt so. Einfach das U-Boot versenkt, ist schon geil, oder? Wir haben jetzt im Nachhinein herausgefunden, dass es gar nicht daran gelegen hat, dass die Hebel offen waren. Sondern, dass hinten so eine kleine Reinigungsklappe nicht richtig zugeschraubt war. Das heißt, da ist einfach die Luft aus dem Tank rausgegangen. Eigentlich mega der dumme Fehler, aber ja, passiert. Wir machen ganz kurze Abstimmung. Ihr müsst schnell reagieren. Hände hoch, wenn ihr der Meinung seid, dass wir das U-Boot heute nicht mehr rauskriegen. Hände hoch, wenn ihr glaubt, dass wir das U-Boot rauskriegen. Okay. Jetzt aktuell 21 Uhr, 34 Uhr. Wir haben nicht mal sogar zweieinhalb Stunden Zeit, um dieses U-Boot da rauszuholen. Das wird eh nix. Ja. Wird nix. Wie, Marc? Das ist vorbei. Man braucht immer einen Pessimisten im Team. Ganz genau, der bin ich. Und wir brauchen immer einen Optimisten. Da habe ich einen guten Satz. Ja. Der Optimist sagt, schlimmer geht's nicht. Der Pessimist sagt, doch. Das krasse war, dass das U-Boot ja dann erstmal in den See gelegen hat. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie man es rauskriegen soll. Aber das Coole war, dass einer dabei war und erkannte jemanden, der irgendwie so eine riesen Baufirma hat. Und die haben dann einen riesigen Kran geholt. Christian, ist das das erste U-Boot, was du bergst? Ja. Aber freust du dich jetzt hier drauf? Oder ist es eher, nee, scheiße, Feierabend ist ruiniert? Man hilft, wo man kann. Das war eine diplomatische Antwort. Daniel ist jetzt auch noch nicht lange bei uns im Team. Wie gefällt dir dein erstes Projekt? Super eigentlich. Das U-Boot taucht zumindest. Aber eigentlich ist das Ziel ja auch wieder auftauchen. Ja, da sind wir gerade dran. So Christian, jetzt kommt der Moment, in dem sich entscheidet, ob dein Kran das packt oder nicht. Ich würde mal sagen, ja. Ganz heiß. Leute, mal kurz einen fetten Applaus für den Christian. Der hat's rausgezogen. Ey Daniel, siehst du, ob da Wasser drin steht? Ja, zur Hälfte von mit Wasser. Es war auf jeden Fall zuversichtlich, dass du da rauskommst. Ja, ich auch. Ja, warum soll es drin bleiben? Ich stehe in Wasser. Ich hole mit den Feuerlöschern ein bisschen Wasser raus, weil wir haben keinen Eimer oder so zum Rausschöpfen. Ey, ich glaube, so ein Tagesfazit Gutes ist. Wenn man Sachen selber baut, es gehen einfach auch mal Sachen schief. Ja, das ist echt so. Und damit muss man einfach auch umgehen. Ja, echt so. Ja, es ist mega dumm, den Nebel nicht zuzumachen. Aber es ist auch okay. Also, ja. War am Ende jetzt trotzdem irgendwie eine coole Aktion. Echt so. Ich hatte es trotzdem witzig. Das Krasse ist auch, dass gar nichts kaputt gegangen ist. Also, die komplette Elektronik seit dieser Steuerknüppel zum Fahren funktionieren noch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin ja jetzt nicht als einziger im Wasser gelandet, sondern Johannes ja auch noch. Im nächsten Video machen wir euch mal eine richtige Roomtour von dem U-Boot. Ich glaube, das wird ziemlich geil, weil wir da drin jetzt noch voll viel verändert haben. Da ist jetzt Beleuchtung drin, Metalldetektor vorne angebaut. Also, lasst euch mal überraschen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.